meintens meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu let's play penis und terraria eher gesagt was dasselbe ja wir waren es jetzt mal hier stehen geblieben crafting lieber jacob was musischen dünn hier ein bisschen was hast du mir gerade zugeworfen keine gewommen ach so ich bräuchte theoretisch auch wieder tränke sehen habe ich noch ergeben mir geht es nämlich langsam aus macht den refer method klasse gern geschehen ich leuchte oh mein gott ich habe einen penetrating der hoch dass er auch hoch kommt hallo lieber boom also wie es einfach gerade mal geschafft hat jeden laser auszuweichen hallo liebe wir können uns hier theoretisch auch mit diesem plattform so etwas kleines nach oben bauen dass wenn die ja da kommt dass wir dann auch wenn sie schon wieder vollmond scheiße jetzt kommen wir die ganzen ekelhaften tracks werbe aber ich glaube dass du ruhig zeit nichts anderes vorgehabt nicht so als ob ich kurzum sterben wäre raste mal nicht aus als kollege ja sie ist doch ganz gut das ist das der hier nicht jederzeit hochkommen kann wenn er durch trotzdem kann hier oben laser hochballern wie sonst ja macht aber auch wenn er oben wäre krank 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 also wäre es noch wenn er sich auch zurück verteilen könnte wie der world eater das wäre richtig schlimm ja oh mein gott ich hatte von thronen verfolgt jetzt habe ich verkackt regenbogen attacke wuuiui no homo hast du viele fans den tollt ja genau gastro-pot pink laser hey da ist ein holzenmimik, unten am boden was ist da? ein holzenkistenmimik wo? unten am boden lol ist hier noch viel spawn verpisst die scheiß auge eeeh immer was slayen cool dann kann ich was das wieder weg crossneckress hat er verloren was? crossneckress hat er verloren ja, weil das kümmert mich wirklich am meisten ja wo ums willst du mich eigentlich verarschen? jetzt kommen wir die ganzen scheiß hier zu nehmen hab ich mich auch gerade gefragt aua ja lass mich bitte wenigstens erstmal hoch ja 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 aber das war echt episch in irgendeinem anderen part ich glaube in dem anderen part war das da bin ich einfach mal jedem Laser den er geschossen hatte während er bei uns oben war bin ich einfach mal jedem ausgewichen ja 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 jetzt ja na ich glaube ich bin und Ich hab keine Tränke, halt auch gar bloß noch mittlerer Jetzt lauf ich einfach mal so hier oben rum, ich seh den nicht, wo ist denn der schon wieder? Der ist am Ausort, ich Ah ok, ich seh ihn Jetzt weiß ich wieder wo ich schon tüten muss Der hat er noch, 19.000 plus noch Und ich zieh ihn zu 100% immer 50 minimal ab Wo ist er? Ja Ja, Sally ist auch tot Der hat er verdient Wer war zu dir? Weiß ich nicht Warte, ich mach mal fix das Nein, nein, wir haben ihn gleich, wir haben ihn Wir haben ihn gleich, ich hab bloß noch 5.000, das passt die Wenn er jetzt bloß noch draufplitzelt, dann haben wir ihn noch vor und ab Sovon ihn schon wieder vorbei ist 2.000 Der Flazer Nein, 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 ich bin auch gleich tot Ich bin auch gleich tot Komm schon, ich hab ihn gleich 500 200 ist er weg, ok, perfekt Tatsächlich Glück gehabt Jedoch weiß ich nicht wo sein Kopf war Ich hab alles Echt? Wo, wo war der mit dem Kopf? Der hat mich beinahe, schon wurde massakiert, direkt nachdem ich respawned bin Ach so, ok, dann hast du jetzt Soul of Sight und sowas Mhm Gut Das ist besser gelaufen als gedacht Dank wem? Mir auch natürlich Weil du im Nahkampf wirklich so viel ausrichten kannst Ich hab ganz ordentlich Schaden gemacht, ich bin halt bloß andauernd gestorben Ja Ich hab auch ordentlich Schaden gemacht, aber ich bin nicht andauernd gestorben Weil du weiter weg warst Ganz einfach Geben wir mal die 20, ach nee, Soul of Sight brauchen Das heißt, wir müssen nochmal die Twins irgendwann mal machen Richtig Ja, aber die müssen wir dann zweimal machen Boah Mindestens, damit wir die Hellowed Headgear oder das Hellowed Kopf Teil kriegen Und ich kann mir die Lightdests immer noch nicht machen, weil das brauche ich natürlich dafür Souls of Light Guck mal, ich hab grüne Vodka Guck was ich hab BAM Ich geh zur Autoflight vor Ich komm mit Ist es bei dir? Siehst du das? Ja, ich sehs Oh, das ist kaputt gegangen Oh, das ist kaputt gegangen Crystal Shards, brauchen wir die noch? Äh, ne, ich brauche keine Kugel mehr also Ja, aber ich brauche ähm, Dingensen Kannst du ja mitnehmen Ne, ich brauche sie für... Du brauchst die Crystal Shards auch für große Heiltränke, ne? Echt? Ja, glaub schon Ich mach ja eigentlich hier, das ist Pixie Dust, aber Der Pixie Dust und, glaub ich Nee, Kollege, du da unten kannst du mir die Fresse zeigen Boah, zwei Volltreffer nacheinander Aber ich brauche sie noch, für den Magical Heart brauche ich nur 30 Und ich weiß nicht, wie viele wir noch oben in der Kiste haben Viel Spaß dies Wumms Gut, Crystal Storm Wumms Weißt du noch zufällig, wie viele wir in der Kiste haben? Crystal Shards? Mhm 14 Kärfe Wumms Ich möchte, dass die Krankenschwester Marie heißt Warum? Ja, dann ergibt das viel mehr Sinn mit dem Anime, den ich letzt geguckt habe Da ist nämlich die Dust, die alles heilen kann Marie Ja, danke, dass du mir da wieder voll durchfliegst Arsch Was? Du bist nur gerade durch einen Crystal Shard durchgeflogen, dann hast du ihn gekriegt Nein Doch Schüsse, wenn sie mich nicht treffen, fliegen durch mich durch Ich kann die gar nicht abfangen Crystal Shards Genau so Achso, Crystal Shards Guten Morgen Ja, Crystal Shards heißt doch deine komische Waffe da oben Der heißt Crystal Storm Sag ich ja Aber die Viecher, die da fliegen, heißen es nicht zu scharf Aber die Viecher, die da fliegen, heißen es nicht zu scharf Mhm Und Das, äh Die Eifel mit dem Abbauen und so weiter brauchst du ja bei den Bosskämpfen nicht Richtig, da brauchst du ja eigentlich bloß, dass was schnell geht und weit reicht Ja, hat wir eben bei den, äh, Twins ein paar mal den Arsch gerettet Dual Hook Ja Warum? Eben weil es ein bisschen weiter erreicht hat Also ähm, ich habe nämlich die ähm, Cloud in den Beutel rausgemacht, dadurch bin ich nicht ganz so hoch gekommen Ich habe dadurch immer ganz ganz knapp los die Holzplattform getroffen mit dem Enterhaken Also doch, ist schon besser So, jetzt habe ich hier meine Püste Shards zusammen Soul of Lights brauche ich, glaube ich auch, ich brauche aber auch Soul of Sight Schlägst du gerade irgendwas? Ah Ich hatte es mir gerade so angehört, weil da irgendein Viech verriegt ist Ah, ja stimmt, hier hinten war noch Hobalt Soviel zum Thema, ich hole alles, was du markiert hast Äh, ja, weil ich recht schon wieder langkehrend bin Und stolz drauf Ah, meine, meine Kinder, meine Zeit ist gleich vorbei Ah, ja Ich denke mal schon Dann battle für noch mehr Meine Mutter ist ja nicht da Ich glaube nicht, dass die mir unter der Woche mehr Internet gibt Dann musst du halt Weißt du nicht, ob du das selber umstellen kannst? Ja, doch, ich weiß es, aber ich habe es passiert nicht Das ist eben Da musst du Ja Über die Schulter gucken, wenn die es eingibt Das habe ich doch schon mal Aber das ist irgendwie so eine ganz komische Äh, geistesgestörte Ähm, Kombination Das soll auf Leid Aber ich komme nicht ran Nicht da Hier rechts auch Ähm, vereile dich mal mit dem Durchchen Warum? Damit der mich Kaputt Und dann Nein, ähm, dass ich Das hier machen kann Was du viel zu umständlich Da habe ich es auch schon Wird es da auch machen können Hätt es dir nicht alles runterlassen müssen Das ist nämlich immer so eine tolle Falle für die Gegner Die einfach so blöd zum Scheißen sind Da rein rein Und dann Kriegst du dann dauernd das Zeug Niegel Aua Niegelnagelneu Ja, aber hier oben war es ein bisschen zu tief Jetzt habe ich es unten ein bisschen handlicher Kann ich mich herangraben Wenn irgendwo Seelen sind Zumindest meistens Da ist ein Dingenskristall Ein Dingenskristall Gib den her Der gibt mir nicht Geld So, ich habe das Wackel mitten in die Lava reingesetzt Das lohnt sich Oh mein Gott Wumms Ja, richtig ist ja nicht so, als ob Lava schon von sich aus leuchte oder so Quatsch Ja, in diesem Spiel nicht Wie viel Souls of Light hast du dich schon? Ich habe vier Gut, fehlt uns noch Eine Warum? Weil wir nur Okay Wenn erstmal wieder zurück Warum? Wir haben noch nicht genug Wir haben noch nicht genug Wir haben noch nicht mit Zölfeln mehr Kann sie erst zweimal mehr Wie galt das gerade aus? Ey, Leute, ich habe es gerade in der Aufnahme gesehen, was ich meine Gleichzeitig gestorben, oder? Was? Nein Äh, ich habe gerade so Chaos Elemente einfach bloß festgehalten in der Luft, indem ich einfach bloß drauf gespammt habe mit Ähm Mit meinem magischen Angriff So, warte mal Crafting Äh, Souls of Liegt Ne, ich brauche Soul of Night 15 Stück Und Soul of Side Also warte, wie viel Soul of Side haben wir denn jetzt? Geben wir mal die Soul of... Wir brauchen noch Soul of Side Ja, wir können jetzt mal gerne Twins machen Jetzt bin ich hoffentlich ein bisschen effektiver Okay, aber wir sehen uns dann erst im nächsten Mal wieder Bis dann, Leute, Adio Tschüssi